Und die Partie ist eröffnet, die Franzosen in Blau, von rechts nach links. Schon einmal in der zweiten Bundesliga eingesetzt und im DFB-Pokal beim Katt. Jetzt erstmal ein bisschen Ruhe reinkriegen und nicht so früh den Ball verlieren, wie es jetzt hier der Fall ist. Nicht so richtig die Lücke finden. Defensiv verboten und dann immer wieder durch so Ballverluste. Deutscher Seite Guido Streichsby, der Trainer. Jetzt mal von Mika Bauer. Und wenig. Jetzt Tempo Arn hätte gern einen Foul gehabt gegen El Arouche. Der dann hier direkt mal den Hackentrick ausmacht. Kann den da rausköpfen. Dann direkt mal wieder offensive Qualitäten gezeigt. So, und dann gerade noch einmal mit dieser Chance. Weiter mal wieder bei den Franzosen. Mit seinem Pfiff die zweite Hälfte. Zuschauer, die vielleicht etwas später erst eingeschaltet haben. Der vierten Minubauer hier etwas zu unpräzise für Cabadaille. Dann hier zu hartes Einsteigen. In die Partie kommen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Kein schlechter Ball. Hätte gefährlich werden können, wenn Nihoff da dran gekommen ist. Verreinigt die Situation erst mal. Getroffen so, dass da nicht genug Tempo hinter war. Um Mio Backhaus ernsthaft. Starkes Zusammenspiel zwischen Kuku Cukwu und El Arouche. Noch nicht ganz zufrieden. Die 50. Minute. Aljoscha Chemlein. Jetzt nicht mehr mit dabei. Dafür Aljoscha. Jetzt machen wir direkt mal Bruder. Den Mainzer. In Richtung Tor von Mio Backhaus. Oder eben auf den... Bei den Franzosen kommt mit der 21. Wilsson Odoberti 22. Wilsson Odoberti 22.